Hallo, herzlich willkommen bei den Cloud 2 Linux Tagen wieder. Wir sind im Saal 3 und wir haben jetzt den Vortrag zu Core-Tastatur-Layout. Ich werde den Talk moderieren und darf euch gleich den Chris, den Chris Bratl, vorstellen. Der hat schon 2019 bei den Linux Tagen zum Tastatur-Neo einen Vortrag mit Lukas zusammen gemacht. Ich würde sagen, es gibt viele Leute, die verwenden das deutsche Tastatur-Layout, dann vielleicht ein Programmierer oder ein paar, die aufs Englische gewechselt sind. Und dann gibt es auch Leute wie Chris, die verwenden ganz, ganz andere Tastatur-Layouts und glauben, das ist viel cooler. Und er wird uns jetzt erzählen, warum. Organisatorisch nur, ich werde im IRC eure Fragen entgegennehmen und die am Ende stellen. Genau, also falls Fragen auftauchen, einfach direkt schreiben im IRC, ich werde sie dann sammeln. Passt, dann zu dir, Chris. Danke, Jakob. Ja, hallo auch von mir. Leider heuer nur digital. Das ist der Jakob, als ich gesagt habe. Ich habe im 2019 bei den Cloud 3 Linux Tagen mit Lukas vorgetragen und darf jetzt mein Update geben, wie ich weitergemacht habe mit der Tastatur. Kurz zu mir, wer bin ich? Ich bin der Chris Bratl, ich bin Mathematikstudent. Ich bin inzwischen Linux-Tage-Organisator geworden. Ich bin zeitweise ein Teilzeit-Software-Entwickler. Ich bin Bionist und wahrscheinlich für den Talk halt das Relevante. Ich beschäftige mich mit Tastatur-Layouts und insbesondere mit Neo und Abstammungen davon. Wo waren wir? Wer den Talk von uns, von Lukas und mir letztes Mal nicht gesehen hat, wir haben über Neo gesprochen. Ich habe Neo über Lukas kennengelernt, dann lieben gelernt und schlussendlich in meinen Alltag integriert und ausschließlich mit Neo getippt. Kurz zur Erklärung, was ist Neo eigentlich? Es ist ein Tastatur-Layout. Wenn ihr auf eure Tastatur schaut, dann steht da links oben ein Q, dann ein W, dann ein E, dann ein R und dann ein T und dann je nachdem ein Y oder ein Z. Das ist das übliche, sagen wir mal, QWERTY-Tastatur-Layout. Also, entstanden ist das mit der Schreibmaschine und durch die Schreibmaschine. Ein schlauer Amerikaner, dessen Namen ich mir eh nicht merken kann und den ich euch auch nicht erzählen möchte, hat das entwickelt. Und zeitgleich aber auch bereits, also auch dieser, der Typ, der QWERTY entwickelt hat, hat bereits über ergonomische Tastatur-Layouts nachgedacht und selbst auch bereits ein ergonomisches Tastatur-Layout, also quasi eins, das besser ist als QWERTY, entwickelt. Das hat sich nur leider quasi nicht durchgesetzt. Bekannt ist vielleicht noch, zumindest eher als Neo, ist Vorschach. Das ist eine auf die englische Sprache optimierte Variante eines ergonomischeren Tastatur-Layouts. Und im deutschen Sprachraum ist vor ungefähr zehn Jahren Neo entstanden. Kurz zur Erklärung, ihr seht hier die Neo-Tastatur. Was ist anders als bei euch? Links oben ist nicht das Q, sondern das X. Konkret ein wichtiger Unterschied ist, dass ihr seht, auf der linken Seite, auf der Hauptreihe, das heißt in der Mitte, habt ihr U, I, A, E und O. Das heißt, die Vokale habt ihr direkt in der Hauptreihe, sodass sie schnell erreichbar sind. Auf der rechten Seite ist das, was die Neo-Leute gesagt haben, wichtige Vokale in der deutschen Sprache sind. Wie wurde Neo entwickelt? Da gibt es verschiedene, also mehrere Paradigmen, nach denen Neo entwickelt wurde. Nach Prioritäten sortiert. Wichtig ist, auf der Grundlinie schreibt man am schnellsten. Das heißt, da muss man die Finger nicht bewegen, da ist man am schnellsten. Darum, alle die am wichtigsten Buchstaben kommen auf die Grundlinie. Der zweite Punkt sind Bigramme, beziehungsweise Trigramme oder insgesamt Trommelabläufe. So was im Deutschen wäre das zum Beispiel CH oder CK oder auch SCH, also Buchstabenkombinationen, die häufig gedickt werden. Die sollen auf beide Hände verteilt werden, beziehungsweise wenn das nicht funktioniert, dann sollen die Trommelabläufe von innen nach außen gehen. Das heißt, zuerst der Zeigefinger, dann der Mittelfinger, dann der Ringfinger und dann der kleine Finger quasi. Die inneren Finger, also der Zeigefinger und der Mittelfinger, die können größere Last ertragen und sollen darum auch größere Last kriegen. Das Layout soll für Rechtshänder ausgerichtet sein, weil der große Teil der Bevölkerung, beziehungsweise der Nutzerschaft, Halbrechtshänder ist vermutlich. Und es gibt noch jede Menge mehr. Ihr seht jetzt da unten den Link, wer es sich anschauen will. Ja. Wie schaut jetzt Neo konkret aus? Ihr habt es schon gesehen, die erste Ebene. Auf QWERTY habt ihr auch die zweite Ebene, das ist das, wo ihr die Großbuchstaben schreibt. Das heißt, wenn ihr auf Shift drückt, dann kommt auf einer Taste was anderes raus. Neo hat dieses Ebenenprinzip ein bisschen erweitert und hat insgesamt sechs Ebenen. Die erste und zweite sind ziemlich genau so, wie ihr es euch vorstellt. Nämlich die erste sind die Kleinbuchstaben und die große ist die Shift-Ebene, das heißt Großbuchstaben. Spannend wird es auf der dritten Ebene. Da haben wir direkt im Hauptfeld, ihr seht es hier rechts, das obere der beiden Bilder. Da haben wir direkt alle Sonderzeichen, die zum Programmieren gebraucht werden. Ein wunderschönes Beispiel, wenn ihr auf einer Quirt-Tastatur, also auf einer deutschen Tastatur, den Backslash sucht, dann braucht ihr das Alternative Graphics und dann rechts oben das scharfe S, um den Backslash zu erzeugen. Auf Neo haben wir in der dritten Ebene ganz links unter dem kleinen Finger den Backslash. Das heißt, ich muss meine Hand nicht mal bewegen. Ich muss nur die Mods 3-Taste drücken. Ebene 4, die ist da hier leider ein bisschen unschön gerendert. Was haben wir da? Wir haben auf der rechten Seite den Ziffernblock. Das heißt, alle, die eine Tastatur mit Ziffernblock rechts daneben nutzen, ich mache das auch. Ich liebe den Ziffernblock, aber ich bewege meine Hand dafür nicht. Auf der linken Seite haben wir Steuerzeichen. In der Mitte sind die Pfeiltasten. Darüber ist links ein Backspace, also ein Zeichen löschen. Und auf der rechten Seite davon ist Delete. Das heißt, ja, darunter haben wir noch Enter und Escape und Zurück, also rückgängig und Bildauf, Bildab. Also alles, was man Steuerzeichen so brauchen kann. Auch das ist einfach unglaublich angenehm, weil die Steuerzeichen liegen auf normalen Tastaturen alle seitlich irgendwo am Rand. Ich habe sie alle im Hauptfeld und muss meine Hand quasi nicht bewegen, um sie zu nutzen. Warum mache ich das? Warum lerne ich das überhaupt? Das hat der Jakob eh auch kurz angesprochen. Ich bin da sicher sehr einsam damit. In erster Linie habe ich Begeisterung vom Lukas übernommen. Der Lukas hat das, das habe ich eh erzählt, im letzten Tag auch. Der Lukas hat damit getippt und war sehr langsam damit. Inzwischen ist er, glaube ich, nicht mehr so langsam damit. Und ich habe beschlossen, das gönne ich mir auch, das schaue ich mir auch an. Ganz wichtig, das habe ich aber erst im Nachhinein festgestellt, dass das so ist eigentlich. Ergonomie. Ich weiß, dass ich, oder ich tippe momentan wahnsinnig viel. Ich weiß, dass arbeitsmäßig der Computer und damit die Tastatur mein Werkzeug sein wird. Und damit ist Ergonomie sehr wichtig. Und wenn Neo sagt, die Ergonomie, oder wenn ein Tastaturlayout sagt, die Ergonomie ist besser als bei, als bei Queryty, beim Standard quasi, dann ist das sicher sinnvoll. Ja, und abgesehen davon generelles Interesse, mich haben schon damals das Tastaturlayout interessiert, beziehungsweise alternative Eingabenmethoden. Und schlussendlich, ich war Studentenmeerfahrt und ich habe ein Projekt gesucht. Okay, wo sind wir jetzt? Kurze Gestichte aus meinem Studium. Ich war dabei, für eine Prüfung zu lernen. Das heißt, ich war wahnsinnig beschäftigt. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich festgestellt, dass die Neo-Website, also das Neo-Tastaturlayout hat eine eigene Website und die wurde erneuert. Und ist zu diesem Zeitpunkt gerade vollkommen neu online gegangen. Und nachdem ich beschäftigt war und lernen musste, und was macht ein braver Student, wenn er viel lernen muss? Er prokrastiniert. Ich habe also die gesamte Website-Korrentu gelesen. Und in diesem Zusammenhang bin ich auf Weiterentwicklungen von Neo gestoßen. Davon gibt es eine ganze Menge, weil die Neo-Entwickler an sich gesagt haben, dass das Layout ist eigentlich fertig und wir entwickeln es nicht mehr weiter. Auch im Sinne einer Nutzerfreundlichkeit, dass da nicht ständig was Neues kommt. Das heißt, das Layout an sich verändert sich nicht mehr, nur noch die Technik dahinter. Und Neo ist aber nicht perfekt, weil es das noch nicht gibt, soweit wir wissen, ein perfektes Staturlayout. Und darum gibt es Ableger davon. Und einer dieser Ableger heißt aus der Neo-Welt. Und ein Ableger von aus der Neo-Welt heißt Koi und das ist mein Staturlayout, das ich jetzt aktuell nutze. Was ist Koi? Wie gesagt, eben quasi ein Ableger, vielleicht auf IT-Deutsch würde man eher sagen, ein Fork von Neo. Ich habe wieder das Layout da hier drauf dann. Es ändert sich jetzt zu Neo nicht mehr so viel wie von QWERTY zu Neo. Wir haben immer noch auf der linken Seite fast alle Vokale auf der Hauptreihe. Das O ist nach oben gerutscht. Und ansonsten haben wir einfach wieder eine neue Zuteilung. Wir haben, also es wurden die Paradigmen von Neo wurden zu einem relativ großen Teil übernommen. Nämlich in erster Linie halt viel genutzt, die Zeichen sollen gut liegen. Das sind Kombinationen, wollen wir gut tippen können, die häufig getippt werden. Und es wurde aber quasi weniger auf Qualität mit QWERTY geachtet, was ihr da hier seht, was bei Neo nicht so war. Wir haben den Punkt und den Beistrich da links oben und nicht so, wie es bei QWERTY ist, rechts unten dort, wo bei Koi jetzt eigentlich das W und das M liegen. Woher kommt eigentlich der Name Koi? Ganz analog zu Neo hat sie links oben K.O-Y und nachdem Punkt und Beistrich so ein bisschen sperrig zum Aussprechen sind, nennt man es meistens Koi. Okay, der Rest ist von Neo übernommen bzw. entsprechend adaptiert. Das heißt, wir haben natürlich auf der zweiten Ebene, auf der Shift-Ebene, wir haben das große K und das kleine K und nicht dort, wo es bei Neo war. Aber ansonsten, die dritte und vierte Ebene, also die Sonderzeichen und auch die Steuerzeichen, sind eins zu eins von Neo übernommen. Die fünfte und sechste Ebene habe ich vorher vergessen, komme ich drauf. Da liegen in erster Linie so Mathematikzeichen und Zeichen, die man in wissenschaftlichen Arbeiten, in technischen Bereichen braucht, also griechisches Alphabet und so Sachen. Auch die wurden in Koi fast eins zu eins übernommen, also im Sinne von, das Beta liegt unter dem Weichen B. Das heißt, entsprechend schon adaptiert, aber generell sehr viel übernommen. Okay, jetzt stellt sich die Frage, wie habe ich gelernt? Bei Neo habe ich einfach drauf losgelernt und habe nicht wirklich darauf geachtet, wie und warum und was, sondern habe einfach getan und am Ende war ich erfolgreich. Bei Koi habe ich dann schon gewusst, das ist was Neues, was ich mir da anlerne und was ich vermutlich lang nutzen werde. Da interessiert mich relevant, oder da interessiert mich, was ich eigentlich gemacht habe. Und drum habe ich eigentlich von Anfang an, oder beziehungsweise drum habe ich meinen gesamten Lernfortschritt, habe ich sehr genau mitprotokolliert. Und da hier mal jetzt kurz aufgelistet. Begonnen hat das Ganze am Sonntag. Da habe ich Koi über die Neo-Wertzeit kennengelernt, habe es mir angeschaut, habe dem Lukas eine Nachricht geschrieben, hey, wie schaut es aus, kennst du Koi, was hältst du davon? Die Antwort von Lukas war, keine Ahnung, kenne ich nicht, beziehungsweise habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Und kurz darauf, nämlich noch am gleichen Tag, habe ich dann begonnen, einmal die Hauptreihe zu lernen. Das heißt, die Hauptreihe haben wir da hier gesehen, die ersten Buchstaben links unten, das H, A, E und I auf der linken Seite und T, R, N und S auf der rechten Seite. Am Dienstag kam ich so ein bisschen weiter mit den nächsten zwei Buchstaben, nämlich nur O und C. Das heißt, der Mittelfinger wandert nach oben. Am Donnerstag war mir dann Fahrt, da habe ich quasi das gesamte Layout weitergelernt. Abgesehen von vier Buchstaben, die eh, das sind die, die quasi selten genutzt werden. Und habe dann am Donnerstag noch beschlossen, okay, ich möchte spätestens am Wochenende auf Koi umsteigen, dass ich quasi primär mal mit Koi tippe. Am Freitag war es mir zu fad, bin ich sofort umgestiegen und habe auch zeitgleich getestet. Das Ticken mit Neo war zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich, weil ich habe dann irgendwie so ein Mischmasch aus Koi und Neo, getippt, Koi war noch nicht gut, Neo war nicht mehr gut, also war ein bisschen schwierig. Das ging dann auch insofern ein bisschen weiter. Am Montag habe ich gearbeitet und ein Online-Meeting mit meinem Chef gehabt und wollte quasi mit protokollieren, was er sagt, beziehungsweise was ich zu tun habe. Aber das habe ich zuerst mit Koi probiert und war bei weitem nicht in der Lage, das zu erreichen, also beziehungsweise mitzutippen. Und habe dann, nachdem Neo auch nicht mehr ging, habe ich quasi auf Quirz zurückgeschalten und das sozusagen Adelaugesuchsystem benutzt, also suchen, wo ist der Buchstabe und dann drauf bitten. Ja, und am Dienstag, das war so ein bisschen das, also quasi sieben, acht, neun Tage später, das war so ein bisschen das primäre Ende meiner Lernkurve. Ab da habe ich mich natürlich schon damit beschäftigt, aber nicht mehr so sehr täglich geübt, wie zu dem Zeitpunkt. Da war ich bei 96% Anschlaggenauigkeit bei 180 Anschlägen pro Minute. Das Ziel ist, beziehungsweise was ich mit Neo hatte, die Genauigkeit weiß ich nicht, aber Anschläge hatte ich 400. Das habe ich übrigens inzwischen mit Koi auch wieder erreicht. Okay, was konkret? Bei Neo habe ich tip10.com genutzt, das ist so eine Website, die ist, ihr werdet es kaum erraten, um Tastaturlayouts zu lernen. Und tip10 hat unter anderem Neo so im Repertoire und man kann es lernen. War für Koi nicht möglich, weil Koi wird nicht angeboten. Ist eine Nische aus der Nische und das gibt es dort nicht. Es war früher mal, also ist schon ein bisschen her, war der Quellcode von tip10 auch online als Open Source verfügbar. Da habe ich dann kurz drüber nachgedacht, das Ding einfach selbst zu hosten. Aber das war auch nicht sehr zielführend, weil der Quellcode einfach stark veraltet ist und das Ding inzwischen mit Closed Source ist. Was ich aber freundlicherweise entdeckt habe, das war so ein Blog-Eintrag von einer netten Person aus der deutschen Community. Ich habe ihn auch da hier verlinkt, wer interessiert dran ist. Und der hat in diesem Blog-Eintrag alles, was man braucht. Der hat Installationsanleitung, der hat mir die, oder der hat die K-Touch-Lektionen zur Verfügung gestellt. Und der hat auch, um dann quasi nach den K-Touch-Lektionen weiterzulernen, ein Skript gebastelt, um eigene Lektionen für K-Touch zu erzeugen. Das heißt, ich habe mir K-Touch installiert. Das ist unter Linux, soweit ich das mitbekommen habe, so ein bisschen der Standard, wenn man Ticken üben oder lernen will. Und habe dort zuerst ja die Lektionen aus diesem Blog-Eintrag herausgehe oder hinein importiert und dann gelernt. Was habe ich gelernt? Die Erfahrungen habe ich gemacht. Also eh schon seit Neo, das ist jetzt keine neue Erfahrung, aber QWERTY bzw. QWERTS ist verdammt unangenehm zu tippen. Ich kann es nicht mehr und muss wirklich jeder das ersuchen. Das heißt, insbesondere, falls einer von euch sich jetzt überlegt, steige ich um und aber viel mit fremden Computern arbeitet, dann würde ich dem ehrlich gesagt das nicht empfehlen, weil nämlich entweder man kann seine eigene Tastatur mitbringen, wo Neo bzw. QWERTY in dem Sinne vorkonfiguriert ist und die man einfach ansteckt und dann geht's. Oder man hat ein Problem auf fremden Computern. Das ist bei mir kein Stress, weil ich arbeite nur mit meinem Gerät und darum ist das okay. Aber das ist vielleicht zu bedenken für andere. KTouch hat, wenn man sich erstmals initialisiert, also erstmals anmeldet, hat verdammt hohe Limits. Und zwar waren es 98% Genauigkeit bei 180 Anschlägen pro Minute. Das ist verdammt hoch. Und ich bin Pianist, ich lerne häufig neue Bewegungsabläufe für meine Finger, aber das habe ich nicht geschafft. Und insbesondere ist es dann frustrierend, wenn man eine Lektion 15 bis 20 Mal machen muss, um auch nur in die Nähe von diesen gewünschten Accuracies zu kommen, also Genauigkeiten zu kommen. Das heißt, ich habe begonnen mit 90% Genauigkeit, bzw. ich habe dann umgestellt auf 90% Genauigkeit bei 150 Anschlägen pro Minute. Das war gut erreichbar und das hat mich sehr motiviert, weil dann war ich mal bald durch und habe dann später eh relativ flott auch wieder hochgedreht. Ganz wichtig ist Genauigkeit lernen. Die Geschwindigkeit ist ganz nett, aber die kommt dann garantiert von selbst. Die Genauigkeit ist viel wichtiger. Also konkret, wenn ich auf Genauigkeit geachtet habe, also darauf, dass ich genau dippe und dass ich keine Fehler mache beim Dippen, war ich schneller, als wenn ich quasi zeitgleich auf Geschwindigkeit gedippt habe. Einfach, weil ich die Fehler, die ich gemacht habe und korrigiert habe, die haben mich so viel Zeit gekostet, dass ich bei Auf Genauigkeit achten einfach besser war. Und ganz wichtig, das habe ich bei Neo auch schon so gemacht und bei Coy jetzt mit diesen neun Tagen ganz extrem, nicht zu viel Zeit nehmen mit dem Lernen, weil es, also ich zumindest, kann nicht zwei Layouts parallel produktiv tippen. Das geht nicht. Das heißt, im Idealfall in einer Woche, beziehungsweise meinetwegen zwei Wochen, keine Ahnung, durchlernen, das neue Layout lernen und dann aber wirklich 100% umsteigen. Dann muss man potenziell in Kauf nehmen, dass man mal eine Woche in der Arbeit ein bisschen langsamer tippt, aber das ist es wert, weil sonst kommt man nicht weiter. So, das war im Großen und Ganzen, was ich euch erzählen wollte, ein kurzes Update. Wie geht es bei mir? Coy ist super. Coy taugt mir voll. Coy taugt mir weitaus mehr als Neo. Dabei bleibe ich, würde ich sagen. Aber das habe ich bei Neo auch nicht so ganz explizit gesagt, aber gedacht schon irgendwie. Das heißt, keine Ahnung, momentan bin ich bei Coy und sobald ich etwas Besseres und Neueres entdecke und vielleicht eine Weiterentwicklung davon, dann erzähle ich euch nächstes Jahr auch davon. Und jetzt so an sich, ich bin hier fertig. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und ich bin für Fragen jetzt noch kurz über BigBlue, also beziehungsweise über den Jakob und über den IRC-Chat verfügbar und dann voraussichtlich später auch noch den ganzen Nachmittag über IRC. Dankeschön. Vielen Dank, Chris. Es gibt schon eine Frage, die möchte ich hier mal stellen. Und zwar, wie stark bricht deine Tippgeschwindigkeit ein, wenn du bei anderen Maschinen arbeitest mit normalem Test-Tool-Layout? Ja, mit normalen Anführungszeichen im Fall vermutlich querzi oder querzi. Genau. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich habe es nicht probiert, aber ich weiß, dass ich das Zehn-Finger-System mit dem alten, oder beziehungsweise mit dem anderen Test-Tool-Layout nicht mehr kann. Das heißt, ich muss wieder auf Suchsystem umsteigen und dementsprechend relevant langsamer. Wie viel es genau ist, kann ich nicht sagen. Okay, dann gleich weiter mit den nächsten Fragen. Gibt es Nachteile, weil die Tasten-Shortcuts auf OS-Layout ausgelegt sind? Das gibt es eindeutig ja. Also konkretes Beispiel, das hat Neo noch besser gelöst. Copy und Paste, also Ctrl-C und Ctrl-V liegen bei COI leider beide so, dass man es mit einer Hand nicht erreicht. Das heißt, da muss man sich entweder, Linux ist ja freundlich und erlaubt das, eigene Shortcuts basteln oder damit leben. Beziehungsweise ich habe es auch so, dass ich jetzt meine eigene Tastatur habe und auf der habe ich meine Shortcuts entsprechend eingerichtet. Die tippe ich auf der Tastatur und die werden bereits amts Betriebssystem als Ctrl-C und Ctrl-V übergeben. Okay, ich werde hier mehrere Fragen zusammenfassen. Erstens gibt es eine Legende der vielen grafischen Tastenzeichen, wie Batch-Up, Batch-Down, POS-1. Und zweitens hast du auch mal über ergonomische Hardware-Tastaturen nachgedacht, hauptsächlich mal autolineare. Ja, also die Tastatur, die ich jetzt nutze, das ist eine Matrix-Tastatur, das heißt eindeutig ja, was die Hardware angeht. Und übrigens auch zweigeteilt. Und die zweite Frage war eine, 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 wie hättest du gern? Eine Legende der einzelnen Zeichen. Ich bring mal da zurück. Wo sind sie? Hier. Generell auf der Neo-Website, glaube ich, gibt es irgendwo eine Legende. Ehrlich gesagt kann ich aber auch das nicht wirklich beantworten. Es ist da hier relativ, es ist im Grunde eigentlich intuitiv. Wir haben links Backspace und rechts Delete und links davon haben wir Patch-Up und rechts davon haben wir Patch-Down. Und in der mittleren Zeile haben wir die Pfeiltasten und dann haben wir links am, wie heißt denn das, Zeilenanfang. Und rechts von den Pfeiltasten haben wir Zeilenende, wo ich jetzt die englischen Begriffe nicht weiß. Und in der untersten Zeile ist es eigentlich eh rechtverständlich. Wir haben zuerst das Escape, dann haben wir Tab, dann haben wir Insert, dann haben wir Enter und rückgängig machen. Das heißt, insbesondere lernt man sehr schnell, wenn man sich mal damit beschäftigt und sie nutzt, die Tasten, dann lernt man schnell. Und dementsprechend kann ich nichts sagen. Tut mir leid. Okay, cool. Nur mehr Fragen. Und zwar, wie schlägt sich Kai in Verbindung mit wem? Und die andere war, welche Tastatur verwendest du? Ich glaube, der erste war schon beantwortet. Vielleicht wirst du noch mehr dazu sagen. Welche Tastatur verwende ich? Das ist im Zweifelsfall ein Talk für das nächste Jahr. Ich verwende momentan die Moonlander, heißt die. Die wurde auf der Neo-Webseite empfohlen, beziehungsweise ich habe mich da noch schlau gemacht, was gibt es für Alternativen? Und die hat mich am meisten überzeugt. Wie schlägt sich Neo mit Vim? Alle die Vim, also was Vim halt gut kann, das ist im Command-Mode die ganzen Befehle, dass man eben beispielsweise die Pfeiltasten hat im Hauptfeld. Das ist bei Neo kein Problem mehr. Das heißt, ich weiß davon, aber ich habe sie nie gelernt, weil ich verwende Vim, oder ich habe begonnen, Vim zu verwenden, nachdem ich Neo verwende. Und alles, was ich in Vim bisher an Steuerzeichen gebraucht habe, hat mir Neo einfach so geboten. Beziehungsweise Kai jetzt auch. Okay, wir haben noch mehr Fragen. Und zwar, in welchen Momenten vertippst du dich am leichtesten? Ist irgendwie Fließtext anders als Kontrollzeichen, oder wie schaut das aus? Und dann eine ganz konkrete Frage, das Zeichen rechts neben, also auf Ebene 4, rechts von Delete, das mit dem Pfeil runter, welches ist das? Das wird nicht erkannt. Genau, das habe ich schon gesagt, das ist Page Down. Also in der oberen Zeile haben wir links Page Up, dann Delete, Pfeiltaste und Backspace in der anderen Reihenfolge und dann Page Down. Wo vertippe ich mich am meisten? Ganz häufig vertippe ich mich in Zeichenkombinationen, also kurze, weiß ich nicht, also Vim kann ich inzwischen schon, aber solche kurzen Befehle, die ich in Neo einfach eingelerned habe, und das ist ja noch, eher als das reine Tippen ist, sind solche Befehle Muscle Memory, und da vertippe ich mich inzwischen nicht mehr so oft, aber das geht noch quasi am leichtesten. Aber das kommt mit der Zeit. Okay. Ich glaube, aus dem ASI gibt es jetzt keine Fragen mehr. Ich hätte noch eine Frage. Du hast gesagt, für Linkshänder ist das nicht optimiert. Gibt es, oder gibt es, oder kennst du das, die für Linkshänder optimiert sind? Ich frage alles ganz persönlich in Terrasse, ist als Linkshänder. Tut mir leid, keine Ahnung. Ich habe nur aufgefasst, also aufgeschnappt, dass Neo für Rechtshänder optimiert ist, und das war dann schon. Hier endet mein Faktenwissen. Bin ich noch online? Okay. Ich glaube schon. Ich glaube, meine Kamera sieht man leider nicht mehr. Ja. Aber ich würde auch das jetzt beenden, und ich will nochmal vielen Dank sagen, und ich glaube, wenn noch konkreter Nachfragen sind, eben, du bist dem ASI noch verfügbar. Ja, genau so ist es. Ich bin den ganzen Tag erreichbar. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020